Liebe Fans, das Wallisch hat mich immer fasziniert, deshalb bin ich sehr erfreut darüber, dass ich bald in FISP arbeiten werde. Es freut mich, Teil eines Clubs zu sein, der nach Veränderungen strebt. Dazu brauchen wir eure Unterstützung, sehr wichtig für uns, dass die Fans immer dabei sind. Deshalb lade ich alle herzlich dazu ein, das Abonnement bereits heute zu sichern. Ich freue mich darauf, euch bald in FISP begrüßen zu dürfen.